Hellfire, die Zusatz-CD für Diablo, bietet neben der neuen Charakterklasse Mönch etliche Zusatzgegenstände, unverbrauchte Monster und 8 neue Level. Diese bekommen sie aber erst zu sehen, wenn ihr Held einen bestimmten Level erreicht hat. Auch die alten Gewölbe sind immer noch vorhanden. Allerdings gibt es jetzt auch im Singleplayer-Modus 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die neuen Level warten mit zwei verschiedenen Grafik-Sets auf. Zum einen gibt es Katakomben, zum anderen, wie wir hier sehen, einen Insektenbaum.